Ja, kurzer Tipp an die Produzenten der Drachenlord-Doku. Leute, das erste Interview, was ihr führt mit ihm und das live ausgestrahlt wird, vielleicht nicht live, ich meine, dass ihr das als Anfang für die Doku nehmt, das würde ich in einer Sauna machen. Denn der Drachenlord hat sehr oft über seine Lieblingssauna gesprochen und genau darin würde ich dieses erste Interview machen. Denn das fehlt uns Hatern noch. Wir haben da kein Bildmaterial. Er redet ja gerne darüber, wie oft er doch in die Sauna geht und wie gerne er da hingeht. Das erste Interview, mein Tipp, in einer Sauna. Wer schon lange im Drachengehen dabei ist, der weiß Bescheid. Ja, das war mein Tipp.